Hey, hallo, herzlich willkommen zurück zu Thumblyweed Park. Wir haben einen unserer beiden Agenten, wir sind beide Agenten jetzt wieder unter Kontrolle, wir sind aus dem Flashback raus. Und dann war's das eigentlich schon fast. Wir sind auf der Suche nach einer Karte und ich hatte, als ich das Ganze hier so editiert hatte, so ein bisschen mal durchgeguckt gehabt, ich bin nicht selber ins Spiel nochmal reingegangen, aber ich meine etwas gesehen zu haben, was einem weiterhelfen könnte. Also da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und zwar, wir waren hier bei Nickel News drin, wir hatten uns das hier draußen angeguckt gehabt, wir haben mit ihr drin ein bisschen geschwafelt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig viel Zeit mit dem Raum selber haben wir nicht verbracht. Wir hatten hier zum Beispiel das Pfeilkabinett, wir hatten sie angeguckt gehabt, wir hatten das hier uns ganz kurz angeguckt gehabt, wo ich mich schon wirklich frage, ob man hier irgendwann was machen muss, weil wir haben hier... Okay, hat nicht sie, sondern... Wo habe ich das? Achso. Ich habe die Münze in dem... Ich hatte die ja da runtergeworfen. Soll es immer noch kein Problem sein, ich hatte einfach nur das nochmal so registriert. Genau, also wir wissen, wir hatten theoretisch Geld, das hatten wir jedoch eingesetzt, um diesen Telefonanruf in dem Abwasserkanal hinzumachen, und ich meine, wir hätten Geld zurückbekommen, was ich dann aber ignoriert hatte. Also, ich hoffe mal, wir haben uns hier nicht irgendwie angemeiert. So, und auf jeden Fall, man sieht, hier sind die unterschiedlichen Sachen, wie gesagt, Pfeilkabinett, werden wir uns dann auch danach nochmal angucken. Aber hier, Walk to Framed County Map. Das sieht zwar auch aus der Entfernung nicht danach aus, aber das war wirklich das naheliegendste, was ich da so entdecken konnte, indem wir sprechen, gucken wir mal ganz kurz. Es ist ein Map der Tri-Thumbleweed-Park-County-Area. So, und lass mich raten. Wissen Sie, dieses Map ist eine priceless erste Edition? Bitte, nicht zuhören. Ich weiß, es ist schön, aber du kannst es nicht entfernen. Gutenberg wäre stolz. Diese müssen journalistische Gold enthalten, oder alte klassifische Anzeige. Ich will es nicht öffnen. Ich will es nicht öffnen. Willkommen bei der Thimbleweed-Nickel. Echt Jahre Erfahrung und zwei Grad im Journalismus sagt mir, du bist ein Fett. Why can't I take your map? I'm a federal agent. Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually two questions. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. Uh, we have a little thing called the Fourth Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the quickie, pal. So, can I, as a private citizen, please have your map? Can I, as a private citizen, please have your map? Nope, it's a priceless original. Okay, also das bleibt. Do you offer home delivery? Press blackout. Das hatten wir. Investigating. Moment, was ist hier? Do you offer home delivery? Why? You plan on moving here? Not a chance. Okay, so viel dazu. Nice chatting. Got a murder to solve. Can I help you? We're here investigating the murder. Know anything? Not much. Just what I heard over the police scanner. Body found in the river. I'll send my best reporter to check it out in the morning. Know who my best reporter is? Hm, you? If this damn town wasn't such a podunk, I'd have a couple of Pulitzers by now. This pillow factory fire story is my ticket out of here. Okay, also damit haben wir das jetzt auch aufgebraucht. Ich hatte aber das Gefühl, dass wir mehr mit dem anderen Kollegen machen konnten. Lassen wir den anderen nochmal sicherheitshalber rufen, denn... Ich habe keine weitere Karte wirklich wahrgenommen. Und das ist natürlich... Oh, das riecht wirklich nach einem Anhaltspunkt. Sehr schön, dahin gerannt. So. So. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Siehst du? Der hat da nämlich mehr Sachen. Ich gebe von aus, dass das erste gleich ist, aber das da unten. Was do you know about the pillow factory fire? I have my suspicions of a big cover-up arena. If you know what I mean. I've tried to gather evidence, but I've been blocked at every turn. It's a small town, so I have to watch the feathers I ruffle. Ich glaube, das riecht hier so ein bisschen danach, als müsste ich tatsächlich mit beiden Agenten arbeiten. Und zwar, sie kann über diesen Policetron mithören. Und wir hatten ja am Anfang mit ihr da herumgespielt gehabt. Sprich, lass mal gucken, ob meine Idee tatsächlich funktioniert. Yes. Open place. Und zwar, dass wir da irgendwelche Sachen durchgeben, die sie dann wiederum da rauslockt. Naja, oben ist richtig. Ähm, use. Is this thing on daisy-daisy? Attention all units. Attention all units. Uh... By the-near the diner. About a fender bender petting a hamster with an overly fancy hat, making confetti without a license, cleaning their fingernails. What? Enough screwing around. I've got a case to solve. Also, dadurch, dass man so viele Optionen bekommt, gehe ich mal davon aus, dass das hier schon halbwegs richtig ist. Kann ich dir helfen? Okay, also das hat sich auch nicht geändert. Erstens. Being a federal agent doesn't mean you can walk into a newspaper office and take their map. Äh, we have a little thing called the fourth amendment. And second, that's a price list original. If you want a map, check the quickie pal. Okay. 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 Also, jetzt entweder habe ich das Ganze so ein bisschen in der falschen Reihenfolge getriggert, wo ich jetzt irgendwie noch Informationen haben müsste, was sie mir da vielleicht erzählt hatte. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. All units. See the woman. Out by the out estate, swinging an Lines pitpark with four flat tires, smiling for no good reason. Was in a league of the form running a leaf blow at five PM. Enough screwing around. I've got a case to solve. Attention all units. Enough screwing around. I've got a case to solve. Give me the other one. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a woman in town and something animal related. A woman in town. Okay. Attention all units. In town. Screaming petting a snake. It's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map. Oh, I will touch that map. So, Anihop. Pick up a map. Hello. Just leaving? I assume that's a map in your pocket and you're not just glad to see me. Hmm. Please return it to its frame. Thank you. Well, that last story was a bust. Maybe the next one will be better. Muss ich einfach schneller sein? Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man on the road with a suspicious animal. Man on the road. Das klingt zumindest auch ein bisschen weiter weg. Attention all units. By the dirt road. Cutling a sheep. It's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map. Hmm. Okay. Ich will dann mal... Eigentlich auch gleich was nächstes testen. Einfach, weil mich dieser Copytron da so ein bisschen angrinst. Ähm... Use... Mit... huh? The Copytron takes nickels. Wie komme ich jetzt an Geld wieder ran? Also was, ich will mal was testen. Taucht nicht so schnell wieder auf, ey. Ja, mein Problem ist ja... Dass ich nicht... So schnell wieder zu dem... Oder so schnell an Geld wieder komme. Wenn ich denn tatsächlich das hätte mitnehmen müssen. So ebenfalls... Wir wissen... Wir wurden hier zum Beispiel wieder rausgelassen. Von dem Sheriff, als wir da angerufen hatten. Dementsprechend... Hm... Hätte mir irgendwie auch hofft, dass man da vielleicht... Hier in der Umgebung irgendwie wieder zurückkehren könnte. Oder natürlich alternativ. Wir machen mal wieder... Obwohl der lange Weg zu dem Grab da irgendwie... Zudem ist ja auch dumm. Das muss aber eigentlich schon fast danach riechen, dass es irgendwo in dem... Bei dem Sheriff irgendwie eine Möglichkeit gibt, da vielleicht einfacher hinzukommen. So, wir haben auch weiterhin keine Möglichkeit, das Ding einfach wieder aufzumachen. Also ich frage mich hier wirklich, ob ich mich irgendwo... Tatsächlich in den Engpass gespielt habe, nur weil ich dieses eine Geld da nicht mitgenommen habe. Weil ich habe ja sonst schlichtweg kein Geld. Das ist natürlich schön. Haben wir den nächsten Schritt mit der Karte, theoretisch? Aber jetzt fehlt uns da wiederum ein weiterer. Okay, ist auch nicht der Fall, dass man hier vielleicht irgendwie nochmal den Kollegen triggert. Es ist eine leute Karte. Es ist nur eine Stärke von leute Karten. Wir interrumpfen unsere hostile Takeover-Nonstop-Musik mit diesem wichtigen Messag. Chuck Edmund ist nicht dein Freund. Und jetzt zurück zu unserem Spezial... Simpel, aber auf den Punkt. Safety First wäre natürlich auch ganz schick, wenn das mal offen wäre. Open, bitte. Die Türen sind lockt und niemand ist inside. Coolioon. Habe ich hier wirklich keine Möglichkeit... Irgendwie an Geld zu kommen? Sonderweise Kollege ist nicht mehr hier. Deswegen gerade dieses Ding ist natürlich einladend. Es gibt viele medische Bücher da. Ich kann das nicht holen. 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 Hm. Da war er gerade. Der hat sich da gerade in der Ecke versteckt. Wo Ecke verstecken? Der war hier gerade. Mhm. Hm, hier in der Ecke hat er sich versteckt. Frag mich, ob man hier irgendwas machen kann, um das nochmal zu triggern. Hm, schade. Gucken wir mal, ob er jetzt auf einmal vielleicht oben sich befindet. Hi. Äh... Gif... Was werde ich mit einem Pfeil von Dust machen? Wir sollten abgelehnt. Yeah. Guck, nicht pick up. Hm. Ist natürlich wirklich schön, das ist das Ganze jetzt hier daran krank, dass ich kein Geld habe. Wo ich mich wirklich schon wieder frage, ob ich da einen Fehler gemacht habe. Und ist ja leider nicht so, als könne ich wieder einfach mit einem Safe wieder hinsprengen. Ne, wir waren mitten in dem Traum drin Beim letzten Mal Das heißt, also da müssen wir den ganzen Traum nochmal neu spielen Ne, danke Das Ding, ich überlege natürlich auch Vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit Wenn ich bei dem Telefonbuch vorbeilaufe Dass man da irgendwie auf einmal magisch wieder Geld bekommt War das nicht irgendwo hier, hier? Ah, use Payphone, instead of it's just payphone Es ist aus der Ordnung Woher eigentlich die ersten 10 10 Nickel daherbekommen Das ist jetzt echt doof Und weißt du was? Dadurch, dass ich einfach nicht weiß Wie man hier wirklich weiterkommen soll Ich muss fokussiert bleiben und lösen diese Mörder So kann ich mit meinem Plan Es wurde ein relativ simpler Tipp gegeben Im Internet und zwar Es ist eine leute Whisky-Bottel Definitiv nicht die Mörderwaffe Es ist eine leute Whisky-Bottel Es ist eine leute Whisky-Bottel Eigentlich ist es ja fast Wurst, wer das jetzt macht Beziehungsweise Ich würde 5 Cent von dir Für deine Mörderwaffe He he he, just kidding Quickie-Pal-Humor Here you go Okay, great Ja, also Da bleibe ich dabei Da wäre ich vermutlich nicht so schnell drauf gekommen So, das war nicht hier, hier Das war eine weiter Was war denn? Es gibt drei Straßen, die man hier latschen kann Und Jedes Mal muss ich wieder überlegen Okay, wo war es? Welche Richtung? So, open Oh, die ist schon wieder Meine war klar, dass die irgendwann hier auftaucht Aber Amen, oh Okay Okay Dann lasst uns das Spielchen erneut spielen Wir platzieren jetzt erstmal hier den Burschen Mit dem Geld an den richtigen Ort Geben Ich mag einen Fall alleine arbeiten Ja, ja, ja Danke Deswegen ist natürlich jetzt hier das fiese Dadurch, dass man halt dieses Inventar nicht sich teilen kann Oder einfach irgendwie die Toilette runterspült, um das dem anderen zu geben Kann das zum Teil natürlich schon etwas fies sein Weil es ist ja nicht mehr der Fall, dass man unbedingt sagt Oh, du hast alles einem Charakter gegeben wie wir Das ist dumm So, das kann auch sein, dass du halt selbst, wenn du sagst Okay, jeder hat sagen wir 50% von dem Inventar Es könnte immer das Falsche sein Okay, dann hören wir doch mal Okay, dann hören wir doch mal So, ich hoffe, dass es jetzt das tut Und nicht noch irgendwie der Witz ist Oh Das Ding hat keine Farbe mehr What a nice copy Und in Color Äh Use County Map mit dem Habe ich ihr jetzt Nee, framed Oder? Keine Ahnung, weil es jetzt hier das Richtige und was das Falsche ist Hurra, wir haben es geschafft Wunderbar So, und das ist natürlich wie mit der Falsche weg Wir müssen zu dem Quickie Pal Weil außerhalb von der Busstation war nichts mehr Ah, gehe ich mit dir dahin? Vielleicht ist gerade sie einfach alles mit sich schleppt Würde ich einfach mal sagen Sie ist auch diejenige, die diesen Weg da jetzt hin machen wird So, guten Tag Gib Map Drei Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt immer noch auferhalten werden können Wohohoho, there, little Agent of Reno Like I said before You can't just go bumbling around the county without a map I have an official map right here I have an official map right here Oh, I see Well, that looks legit-erino Hmm, odd I thought I Well, I guess the law is the law I guess I'd better return all these maps to the Quickie Pal I feel like we're getting close to cracking this case The only thing you're getting close to cracking is my patience with you Let's work together and I can get on with my I mean, we can get out of this town as quickly as possible Agreed So, we need to identify the body Need a fingerprint match, a blood match We need to talk to that crazy clown at the circus We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion Let's get cracking We need to identify the body Using the face drawn with a photo of the body and the victim's photo ID You mean like a driver's license or passport? Or Burger Shack loyalty card recognized around the world? We need a fingerprint match Using the finger-tron with a fingerprint from the murder weapon and an official fingerprint book We need a blood match Using the blood-tron with a blood swap from the body and Willy's blood wallet We need to talk to that crazy clown at the circus He's got serial killer written all over him Wouldn't it be quicker to just shoot him? We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion There is something odd about her Yeah, a woman with a brain Definitely suspicious Let's crack Let's crack Let's crack Okay Oho, was haben wir denn hier jetzt so feines? Bridge, Old Circus Street? Ach, das sind jetzt die Die ursprünglichen Punkte Die wir schon vorher anstellen konnten Hotel? Groß Hotel, aber nicht im besten Zustand Dann vermutlich fehlender Kundschaft Und anderen vermutlich Problem Du recherchst hier auch? Ich würde nicht in da, wenn ich Sie waren Was heißt das? Warum sollte ich nicht in da? Because you're probably superstitious And would believe all that claptrap About paranormal activity in the hotel Paranormal? What nonsense My thoughts exactly What are you doing here? Well, Chuck's brother Franklin Went missing a few weeks ago Is he the body by the bridge? Nope But this reporter's note says There's something odd about the whole thing I'm working up a story But the only lead I have Is someone seeing him here briefly A few weeks ago He was seen around the lobby area Then he just vanished Big day today I'm meeting some promising investors I know they'll believe in my plan To turn the Dying Pillow Factory Into a highly profitable Stuffed toy factory It can't fail Just gotta check into our room Without Chuck knowing about it He has eyes and ears everywhere I'll need a disguise Also need to copy this prospectus So I can give it to the investors And keep my copy Chuck wouldn't know a good idea If it hit him Stuffed toys are the future What luck finding some investors Better get ready for them Okay Jetzt nicht je, dass das auch Der Vater hier jetzt gespielt Werden kann So, gucken wir mal Disguise Check in Get duplicate of prospectus Das sollte eigentlich nicht Das größte Problem sein So wie Das ist ein Pillow Bear Prototyp Turn the Plush Bear inside out And you get a Plush Pillow Don't tell Chuck But pink is my favorite color I hate blue Let's hope I never go blue in the face These Pillow Bear Prototypes Are going to be the next Cabbage Patch Kids Cabbage Patch Kids Hier so zu nennen ist interessant Und dann bei anderen das zu verfremden Kids will love the orange Pillow Bear These Pillow Bear Prototypes Are going to be the next Cabbage Patch Kids Klassik Pillow Bear Color These Pillow Bear Prototypes Are going to be the next Cabbage Patch Kids Chuck will be green with envy When he sees how great this Pillow Bear is These Pillow Bear Prototypes Are going to be the next Cabbage Patch Kids Not enough time to leave the Hotel area Too much to get done before the investors arrive So, dann gehen wir mal Zu dem einzigen möglichen Bereich Hier rein Fountain Statue Words don't do it justice Yeah Akzeptieren wir das mal so Oh no, come on dude Why hello Mr. Edmund We weren't expecting you in today What can I do for you, Abu, sir? Rino, Ahu und Abu I'd like a private hotel room Do you do photocopying here? I'm going to go now You didn't see me I'd like a private hotel room What do you want a hotel room for, Mr. Edmund Abu? To, um, none of your business I don't know why you'd want a room When Chuckaboo always has plenty of space for you In his penthouse suite Oh yeah, I guess so How else may I be Abu of service? Do you have photocopying here? But of course we do, Abu Abu, Abu, Abu That is to say we normally do But we've run out of paper Unless I get more paper, Abu I won't be able to help you out I'm going to go now You didn't see me Goodbye Have a nice evening, Abu I can't talk to him like this I have to put on a disguise to fool Chuck and his spies This must be making that terrible noise It's been lipstick to death Oh, her damit I don't feel like cleaning up after hotel guests right now So, wir haben hier noch das Telefon It's a phone Good observation It's an elevator The doors are closed Open Also, ich könnte hier zumindest einfach reingehen Das Schöne ist, hier ist wenigstens diese nervige Musik nicht Oh Automatisch Zugang Schick Äh Hm Okay, das ist nicht gedacht Dass wir da einfach so hingehen dürfen Okay Also, der Tod war da hier nicht auf einen Man sieht, man verliert sogar tatsächlich kurzzeitig die Kontrolle Wenn man tatsächlich hier zu sehen darf, wie die Türen schließen So, gucken wir nochmal ganz kurz darüber Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Ordentlich Ganz oben Okay Zurück in der Lobby Gucken wir nochmal hier So oben entlang Walk to Ballroom Door It's locked Oh, that sucks Hier ist auch nochmal ein Elevator Nicht viel, was man bisher machen kann Also würde ich sagen, die nächste Logik ist, aber mit dem dopen Kid zu reden hier Der schon sehr merkwürdig aussieht Hallo Hallo Ich glaube, er kann mich nicht hören Hallo Ähm Hey, dude What's your damage? Damage Yo, dude What's the jacket you're wearing? Won't you quit playing that music? By Anklebiter What's that jacket you're wearing? The latest and greatest jacket It zips in the front Don't most jackets do that? You're too old to understand Won't you quit playing that music? You're not my dad You can't tell me what to do Oh, don't you just love this music? Hey, dude What's your damage? Okay, also das riecht danach Als müsste ich so nach und nach Leuten hier Irgendwelche Sachen in die Hand drücken Ähm You can't stop the music Oh, goddammit, come on Hey, dude What's your damage? Want to trade your stuff for a teddy kid? Why would I want that, Dweeb? It's bonk Ah, don't you just love this music? Das wird lustig Also ich glaube nicht, dass die Idee sein sollte Hier überall hinzufahren Aber ich mach trotzdem mal Hm Interessant Ist hier irgendwas, was man Ein Ashtray für die Smokers Use I don't smoke Pick I don't want to pick that up Push I can't push that Wiggling It's locked Also keine Überraschung Also bisher sieht es natürlich danach aus Als soll dieser eine Kollege da Irgendwie entweder ausgescheiden werden Oder wirklich halt einfach Irgendwie an seine Klamotten ankommen Ist noch irgendeine andere Tasse, die ich hier ernsthaft drücken sollte? Einfach mal testen, ob das irgendeinen Unterschied mit sich bringt Das ist uns wirklich einfach nur hier oben raus Genau Dann machen wir mal die nächste Logik Hier oben ist nichts Türen haben sich geschlossen Und zwar, wir versuchen einfach mal jemanden anzurufen Ach, Gott, dammit Hätte ich davon hier irgendjemanden anzurufen? War das 4800? Oha Das hilft mir alles noch nicht wirklich weiter Weiß aber nicht, was die Statue so selber zu sagen hat Hey, dude What's your damage? Want to trade your stuff for a teddy kid? Why would I want that, dweeb? It's bonk Okay Don't you just love this music? Now push the annoying kid I'll just push this button here Hey, dude What's your damage? Yo, dude What's it on your face? What's on your face? They're the latest and greatest nose glasses From the Jason the News Guy adventure game From Mucus Phlegm Games With these on No one knows who I am What's on your feet? The latest and greatest Reeboks I just got them Aren't they rad? What's with all the latest and greatest? I'm not grody like you Everyone knows that unless you've got the latest and greatest You might as well barf I'm not risking my reputation by touching anything That's not like The latest and greatest So what if I said you didn't have the latest and greatest What if I said you didn't have the latest and greatest stuff? Like barf me out All my stuff is totally the latest and the greatest Your jacket is not the latest and greatest Your glasses, your shoes Nah, just teasing I don't Say einfach, this is so And then is this this? Your jacket is not the latest and greatest Yeah, right I'm so sure Your glasses are not the latest and greatest These glasses Have got to be the latest and greatest Aren't they? Did something newer come out? Nah, you're wigging I can't trust a dweeb like you I would totally know what was the latest and greatest I want to also notice you Your shoes are not the latest and greatest What's your damage? Of course They're totally awesome I would totally know what was the latest and greatest Oh yeah? I bet you don't know anything about what's the greatest right now in 1987 Prove you're not just an old dweeb from the 50s Sure, I can prove it I'm totally bodacious because I can talk like you and I know this gnarly dude I've got a fly homie who I got some peeps who I've got a groovy friend who Um Gnarly dude? I know this gnarly dude who Um Publishes a sign And was on MTV Blocks all the time And writes a news column And was on MTV Was on MTV And Tells me what sweet OMG YOLO Hashtag trust me I can know Tells me what's a cat's pajamas And what's the bee's knees What's wicked And what's will gag me with a spoon What's hip daddy-o Tells me what's the cat's pajamas And what's the bee's knees Get real I'm like totally stopping you right there No one who's tight would talk like that No way Do you know what's rad right now, poser Jetzt wird der Witz, dass wir einfach nur halt wissen müssen, was irgendwelche Opas mittlerweile damals gesagt haben Natürlich, ich kann es nicht überspringen Ja, ich kann GamePause sagen Oh ja? Ich glaube, du wirst nichts über was das größte ist gerade jetzt in 1987 Probe, dass du nicht nur ein altes Dweeb aus den 50er Jahren Natürlich, ich kann es prüfen Ich bin total bodaschisch, weil ich kann wie du und So, jetzt will ich mal ganz bewusst gleich von Anfang an gucken Haben wir hier Wenn wir was anderes wählen Sofort einen Stopper Oder lässt er uns wirklich erst diesen kompletten Satz sagen Weil dann sitzen wir natürlich hier bis übermorgen I've got a groovy friend I've got a groovy friend, who Get real Okay Okay, okay Okay, okay Wir sind damit als relativ weit willkommen Oh ja? Ich bete, du wirst nichts über was das größte ist gerade jetzt in 1987 Probe, dass du nicht nur ein altes Dweeb aus den 50er Jahren Natürlich, ich kann es prüfen Ich bin total bodaschisch, weil ich wie du und Gnarly dude Ich weiß diesen gnarly dude, der MTV So Das ist klar Wicked Also ich würde ja Wicked vor Hip nehmen Oder Schau mal Schau mal Okay Wen von denen sollte man ihm da andrehen I have no idea Ach Gott, der mit Yes, use Okay, wir wollen natürlich die Glase I'll trade you the bear for your glasses No faking Gag me Your glasses totally make you look like a dweeb No, duh Take the glasses then Quick, before anyone notices I have them First Here's my used gum for your collection I don't have a gum collection Never mind that Now give me that bear so I rock it out Sure, or dweeb dude Or narlicious Or I can't keep this up Let's get this over with Here it is Sweet Your ace Later dude Okay Also das war Das Richtige So Jetzt gucken wir natürlich It only plays that one song and I've already heard enough of that Oh, come on Gut Use mask The hotel manager is right there He's one of Chuck's spies I'd better not change into my disguise while he's near Nobody can recognize me now with this foolproof disguise Right Welcome to the Edmund Hotel Most beautiful hotel, Abu In the Tri-Thimbleweed Park County area How may I be Abu of service? I'm going to look at my, I mean, your beautiful lobby I'd like to check in Okay, sir What's your name, Abu, for the booking? So Emilio Is it the best Franklin Frank Zappa George Michael Or Robert Palmer George Michael Of course, Mr. Michael We have a lovely sweet Abu for you on the fourth floor Your suite has been fitted with the new state of the art Abu Hotel Tron 3000 It's such new technology, Abu, that we're still fitting out the rooms on the tenth floor Or, how else may I be Abu of service? Interessant, also wir haben vierten Und auf dem zehnten Sind sie scheinbar noch nicht so weit Is there any surveillance in the hotel? Okay Is there any surveillance in the hotel? No, certainly not, Mr. Michael Whoa, we have our state of the art Abu Hotel Tron 3000 System, which creates a VHS video of your entire stay with us Sounds like surveillance to me How much you ask? For just 1999 You get a unique record of your trip highlights to share with friends Abu back home It's such a new system that we're still installing it on the tenth abu floor Since you won't want to miss a second of your amazing abu stay here We recommend that guests do not visit the tenth floor Okay, ganz klarer Hinweis, wir sollen dahin Do you have photocopying here? But of course we do, Abu Abu, Abu, Abu That is to say we normally do, but we've run out of paper, Abu Unless I get more paper, Abu I won't be able to help you out Genau, das war ja die Sache I'm going to look at my, I mean, your beautiful lobby Goodbye, have a nice evening, Abu Okay, also wir müssen ebenfalls noch an An Papier kommen Wir wissen, wir können nicht selber das so opfern So Es wäre natürlich schon fast interessant, um an Erinnerung zu rufen Weißt du was? Mache ich auch mal ganz kurz Gib mir eine Sekunde Und zwar Wir haben ja ebenfalls Ah, weiß ich was, ich weiß einfach Wir werden vermutlich später immer noch die Möglichkeit bekommen Denn der Gegenwart ist das Zimmer uns anzugucken, wo der eine draufgegangen ist So, wir könnten in die vier gehen, aber wir gehen in die zehn Deswegen mache ich das auch sofort Und wir gucken einfach mal, wie das dann da aussieht Ha, interessant Walk to TV Look at It's an unplugged TV I don't want to pick that up Someone must have left it here It's not plugged in and I can't see anywhere to plug it in Hm, interessant Okay, also hier ist überall offen Und sind alle die gleichen Zimmer Okay Machen wir mal Use Light Switch Ist hier irgendwas Interessantes Toilet Lit, Toilet Paper Phone Book Walk to Stationary Achso, wir sollen zu unserem schon durchaus hingehen Okay Wenn das eh schon Was steht da? Walk to Deluxe Room Example Photo Pick up Okay, Standard in Deluxe Es wird vermutlich darauf hinauslaufen Dass wir das dann irgendwie vor die Kamera kleben Die dann da in unserem Zimmer umäumelt Ich zumindest danach Wir sollen aber trotzdem zu vier Wir wissen Wenn wir nochmal ganz kurz zurückrufen Wie seid ohne, um nachzugucken Unsere Hotelkarte, die wir gefunden hatten War Meilsachtens in Weiß gehalten 405 Usa USA Hallo Yes Only on Tuesdays Yes I'm almost ready for our meeting I've just got to wrap up a couple more things I'll call you back when I'm ready Ich weiß nicht, wer dich da gerade angerufen hat Denn wir sind ja hier gerade frisch rein So, wir machen auf jeden Fall Das ist die große Frage Was ist das? Look at Es ist eine Foto von einem clean Standard Hotel Room Es ist eine Foto von einem clean Deluxe Hotel Room Er stammt, ohne nichts, was er anhalten hat Usa mit A Meiner sieht aus wie ein Standard Raum Aber wenn ich nicht weiß, was das Deluxe sein soll Dann Sieht das ein bisschen komisch aus Was war das? Ich glaube, es war nichts Es sieht aus wie die Tron-Maschinen arbeiten perfekt Warum hast du einen Piratenhut? Keine Reaktion Perfekt Jetzt Chuck will have no idea what I do in my meeting Just got to get a copy of that prospectus So I can keep my original Then I'll be ready to call back the investors And let them know we can start the meeting It's some blank hotel stationary Das wäre ein Papier Das wäre ein Papier Ist es wiss, dass wir einfach mehr Papier uns kreien müssen? Use the light switch Oh, vollständigkeitshalber Wer ist das fairest von denen alle? Okay Ich kann das nicht öffnen What? Are you happy now? I've done everything you ask Waren die vorherige auch schon so creepy? Das habe ich zumindest jetzt nicht so in Erinnerung gehabt So, und jetzt gucken wir mal Weil die haben das natürlich auch hier alle Äh, Pickup Damit könnte ich ja jetzt mehrere Kopien bekommen Und ich denke natürlich immer das Falsche Wir wissen, wir brauchen vier Papier Für unser vier Seiten Skript Aber ich bin natürlich trotzdem daran interessiert So möglichst viele aufzusammeln Was hatte ich jetzt von jedem Raum da drüben, die eingesammelt? Kann ja nicht sein, ne? Irgendeinen habe ich doch hier übersprungen Ja, es reicht Ich kann das nicht So Hier waren wir drin Hier, das brauchen wir noch Ich bin nicht Lass mich raten Nachdem ich dann hier fertig bin Darf ich realisieren, dass es einfach falsch war Aber das soll mir bewusst sein So Ah, Jus Okay, also ich kann es auch nicht stapeln Hä, boi Ähm Jus Dann gucken wir mal, ob wir damit jetzt in der Lobby arbeiten dürfen So Talk to Talk to Talk to Welcome back to the Edmund Hotel, Mr. Michael How may I be Abu of service? Could you use this as photocopying paper? That should be all the paper, Abu, I need What would you like to photocopy? Static electricity This prospectus document A glass of water This toys, but Hehehe What? This prospectus document Sure thing, Abu Well, that's all I need I'll be back in a jiffy, Abu Last task done Now I'm ready for my meeting Better get back to my room and call the investors So, jetzt habe ich noch natürlich noch andere Sachen rumliegen Jetzt will ich trotzdem testen Willkommen zurück to the Edmund Hotel, Mr. Michael How may I be Abu of service? Ich werde mich dafür wirklich die anderen Sachen noch nutzen können Ich finde es ja wirklich lustig, dass wir trotzdem halt in die vier gehen Anstatt irgendwie halt sagen Hey, kommt hier in das Ding Sagt, ihr geht zur vier Geht aber wirklich halt in die zehn Ganz simpel Aber vielleicht wäre das schon wieder zu fragwürdig Hey, einfach aufgemacht Gut, ähm Ich hoffe, das kannst du alleine backen Du kannst jetzt zu meinem Raum kommen, ich bin bereit Zurück zu dem plain olden Franklin Das war schnell Oh, it's you How did you know I was here? Franklin was never seen again I asked the sheriff for more information But there was nothing No body, no Franklin Some of the more superstitious types Claim he's haunting this hotel But those of us dedicated to factfinding Know that must be poppycock That's an interesting story So Franklin's dead as well But you didn't answer my original questions Why are you here? What's new in the news? Thanks for all the information Fangen wir von oben an So Franklin's dead as well No one knows for sure if he's dead Isn't it a great time to be a journalist in Thimbleweed Park One missing, a mystery body And Chuck died of a heart attack Did you find out the identity of the body in the river yet? We're still working on it We're not telling the press anything until his family is notified I'm not telling the press what we have and haven't found out yet I'm not telling the press what we have and haven't found out yet Have it your way So, weiter geht's But you didn't answer my original question Why are you here? I see I can't fool you If you ever want to switch professions We need reporters like you That still doesn't answer my question About why you're here Okay, okay I was following up on a report That Franklin checked in here Under a pseudonym Finally A pseudonym What was it? All I could find out is that a man with a large nose Was seen around the same time as Franklin And? That man checked in under the name George Michael So it may not have been Chuck's brother So einfach kann man... Okay What room did the man with a large nose check into? It was a room on the 4th floor I couldn't find out anything more without a shiny official badge Like you have Why is it so hard to get information from you? Why is it so hard to get information from you? Let's call it a job interview As I've said I need good reporters So I don't have to run all over the county I don't have time to be a newspaper reporter Fair enough But you know where to find me What's new in the news? Eh, just a bunch of reports about paranormal activity here at the hotel I don't give them much credence Oh, lass mich raten Paranormale Aktivitäten bedeutet, dass wir die Pigeon Brothers irgendwann rufen müssen Thanks for all the information See you later If you find out anything publishable, stop by the nickel to let me know Okay, und das sollten wir auch nicht vergessen Ah, hat jemand das Ding mitgenommen Aber das Glas steht immer noch hier Open Okay Einfach nur mal Sicherheit selber, bevor ich's vergesse Dann reden wir doch mal mit dem Welcome to the Edmund Hotel Most beautiful Hotel, Abu In the Tri-Thimbleweed Park County area How may I be Abu of service? Hello, Sheriff Why are you moonlighting as Hotel Manager? Do you know what happened to Franklin Edmund? I'm going to check out your, um, interesting lobby Hello, Sheriff Why are you moonlighting as the Hotel Manager? Oh, Abu I'm not the Sheriff I'm the Hotel Manager The Sheriff says that Annoying Arino thing all the time You'll never hear me doing that, Abu Sure Whatever Is anything going on in the hotel today? Nothing, Abu Certainly not more cases of food poisoning Definitely not, Abu Do you know what happened to Franklin Edmund? Huh I saw him But I don't know, Abu, what happened to him Funny thing, Abu, though Go on That same day, a man with a large nose, Abu Checked in and then disappeared You don't say That is an Arterino coincidence What room did he check into? Oh, let me see, Abu now It was a Mr. George Michael Sounds legit He checked into a room, Abu, on the fourth floor I'd like that room key for our investigation I'm not sure I should do that without a warrant, Abu But since there's nothing to see there, I suppose, Abu, I can give it to you Thank you, finally How else may I be Abu of service? Is anything going on in the hotel today? Nothing, Abu Okay Certainly not more cases of food poisoning I had to be a little bit of hope That's right, I'm going to check out your, um, interesting lobby Goodbye, have a nice evening, Abu So, dann gehen wir da mal hoch Gucken nebenbei auch hier nochmal schnell 505 Demonstration, wir gehen erstmal die 5 Vor allem, wenn wir ja wissen, das ist in jedem, außer dem 10. Da hinten Bereits die Sachen installiert worden sind, dann müsste man da ja auch an Beweismaterial kommen können Okay Use the light switch Use this light switch Go in here once Und auch nicht Äh, bear toy Interessant The label says pillow bear And I wonder how it got here Äh, ich weiß nicht, ob wir das einfach aufheben, aber wir tun's Okay So, look at the passport It's a passport Interessant So Look at It's a German passport For Boris Schultz Haben wir doch mal einen Namen gefunden It's getting dark out there now Chuck's reach extends everywhere in this town Even from his grave Na creepy So Ist hier sonst noch irgendwas, was man übersehen könnte Hatte ich beim letzten Mal nicht auch versucht, das so zu öffnen, das hat's nicht getan Gut, da haben wir auf jeden Fall jetzt von der 5. das mitgenommen Und jetzt geht's runter in die 4 Oh, das ist ein Speck of Dust Use this one Ja, da ist nicht viel passiert hier Ich war auch schon an Das Ding wurde abgemacht Muss ich erst den Azubi rufen Achso, man könnte natürlich jetzt hier schon mit dem Sticky Tape arbeiten, ne Ähm Hi, Weißmut Schön, dich zu sehen Wir haben uns tatsächlich geschafft, ein bisschen weiter voranzukommen Hooray